Mehr Geld für gute Schule. Mit dieser Forderung gingen heute wieder hunderte Bremer Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Sie demonstrierten gegen die rot-grüne Bildungspolitik. Unterstützung bekamen sie dabei von der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Ihr bildungspolitischer Sprecher Thomas von Bruch hatte bereits vor den Schulferien einen persönlichen Brief an die Bildungssenatoren geschickt, in dem er um Aufklärung der Stundenkürzungen bittet. Wir begleiten diese Proteste mit Initiativen in der Bürgerschaft. Wir haben jüngst Anfragen an die Bildungsbehörde gestellt, sowohl in der Demokratie als auch in der Bürgerschaft. Protest gehört zur Demokratie. Wir unterstützen das mit unseren demokratisch legitimierten Rechten der Opposition und da werden wir auch nicht nachlassen. Weg mit dem Rotstift, wenn es um Bildung geht. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion wird sich weiterhin für die Belange der Bremer Schülerinnen und Schüler einsetzen.